hey Hallihallo und willkommen zurück zu einem weiteren Infovideo heute will ich einfach mal damit mich ja schon ein paar gefragt haben was für ein Supercraft Brawl selber das ist das ist der von LP mit Kev die IP lautet so scb5.mycraft.to so lauten die IPs immer und du kannst halt immer also ihr könnt halt immer die Zahl ändern und so oder so und ja ich wollte einfach das hier kurz sagen und sagen dass heute kein besonders großes Video kommt weil ich nicht da bin tut mir leid und ja ähm ich wollte auch noch sagen ihr könnt auch gerne unseren Status auf Facebook verfolgen links in der Beschreibung würde mich freuen weil das könnt ihr dann halt alles immer sehen und ich werde auch versuchen da aktiver zu sein und ja das war's einfach hier von diesem kleinen Infovideo wir sehen uns bei einem weiteren richtigen Video also morgen oder so tschüss tschüss hallo Leute ich wollte nur noch kurz was sagen nämlich dass ja viele immer noch das Skype-ID fragen meine Sprache gebe ich nicht so gern her aber in der Beschreibung ist die Slime-State ähm als Slime-State Skype-Account und oh meine Nase den findet ihr auch auf unserem Kanaldesign da könnt ihr oben auf Skype klicken weil dann könnt ihr ihn automatisch hinzufügen und wenn ihr dann mal mit uns spielen wollt und mit uns aufnehmen wollt könnt ihr einfach diesen Account adden da bin ich ab und zu mal online und dann ja schreiben wir euch an und Pipa Ball wir spielen also das war's dann auch von diesem Video tschüss